so wie schon erwähnt wir möchten euch ein paar tipps zur kleidung geben ganz spezifisch für brautpaare natürlich das brautkleid und da haben wir so ein ja ich sage mal nicht schwachpunkt aber so ein knackpunkt beim tanzen das kleid an sich aber vor allem der reifrock die damen haben da oft ein bisschen probleme die herren machen sich da oft viel zu viele gedanken wir möchten euch dazu ein bisschen was erklären und deswegen erst mal bitte die alex mal kurz vor die kamera ist sie nicht wunderschön toll gert sieht immer süß aus wir empfehlen übrigens auch wenn ihr in tanzunterricht geht oder eine privatstunde auch mal mit dem reifrock zu üben so kann man das thema umgehen dass der herr dann schon das brautkleid sieht aber man kann trotzdem schon mal ein gespür dafür bekommen was so die probleme eben mit einem reifrock beim tanzen sein können ich fange mal an meistens ist so dass die männer sich gedanken machen oh gott ich möchte ja nicht aufs kleid treten das ist gar nicht so das große problem selbst wenn das kleid wirklich auf dem boden liegt oder die damen beim tanzen auch ein bisschen runter geht das kann zwar schon mal passieren aber das kann man ganz einfach umgehen liebe herren sobald ihr merkt ihr drehte der dame ich sage jetzt mal regelmäßig aufs kleid dann müsst ihr einfach anfangen die schritte nicht ordentlich zu setzen sondern halt mal zu schlürfen das ist einfach so man muss einfach sagen brautkleider sind ganz toll wir sehen hier ganz viel im hintergrund die dinger sind aber in der regel nicht wirklich zum tanzen gemacht und es geht mehr um repräsentation dass alles schön aussieht aber ganz oft haben wir da eben ein kleines problem also liebe herren wenn ihr merkt dass ihr der dame auf ein irgendwie aufs kleid tretet oder irgendwie das gespür habt da ist immer irgendwas unter meinem schuh dann müsstet ihr hergehen und mal versuchen die schritte zum beispiel jetzt beim langsam walzer mal zu schlürfen das ist nicht super schön aber es ist auch kein drama man kann so auf jeden fall tanzen bevor man sich andauernd aufs kleid tritt ist das natürlich die bessere option viel wichtiger und ist das thema für die damen das wird oft unterschätzt damen haben ja ganz oft ganz hoch hackige schuhe an manchmal mit ganz kleinen dünnen fennig absetzen oder sowas dran ja und wenn jetzt die dame nehmen wir mal einen schönen walzer tanzt dann möchte die damen ja einen schönen großen schritt nach hinten aus dem knie tanzen geht dabei auch ein bisschen runter und was passiert dann es kann passieren dass die dame hinten im reifrock hängen bleibt je nach reifrock ist es unterschiedlich es kommt immer darauf an wie weit unten ist der letzte bogen wie spitz sind die sind die schuhe hinten wie eng ist der ganze rock und da muss man ein bisschen aufpassen das heißt wenn ihr merkt ihr bleibt hinten mit dem absatz hängen und deswegen müsst ihr den vorher mal tragen und ausprobieren dann gilt auch für euch mal kleinere schritte machen ja das heißt einen schönen walzer macht man nur mit großen schönen schritten wenn wir mal ausprobieren können tanzen wir den walzer einfach mal ein bisschen kleiner ja eng tanzen man kann auch beim brautkleid ein bisschen abstand halten das geht halt dann manchmal nicht anders und dann kann man das ein bisschen dezenter tanzen die dame macht kleine schritte ich schlurfe meine schritte und dann sieht es eben so aus aber so kann man auch auf der stelle mal schön tanzen wenn das kleid hat sehr toll ist und man da ein bisschen probleme bekommt ist das eine schöne alternative also ruhig ein bisschen abstand halten die schritte nicht so ordentlich setzen sondern mehr ein bisschen schlurfen und für die damen die schritte nicht zu groß setzen wenn ihr merkt dass sie eben hinten im reifrock hängen bleibt testet das vorher lieber zu hause ausprobieren als dass es dann beim öffnungstanz passiert und ihr total überrascht seid und ja ihr den ganzen spaß an der sache verliert also thema reifrock bitte darauf achten